Hallo liebe Leute und wir machen weiter bei Darkseiders 2. Wir haben sich entschieden weiter zu kämpfen. Ja. Welle 6. Verdammt, diese kleinen Muckendinge. Moskitos, überall Moskitos. Da. So, blatsch. Gut. Na komm. Oh, der ist gut. Gut. So, was kommt als nächstes hin? Ja da. Gut. Gut, äh. Und der Strom will die Nächte abreißen. Abte. Wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Gut. So, dann locken wir alle zu uns. hier alle und Untergang. Nachtschlacht, Nachtschlacht. Wer lässt sehen? Gut, und jetzt zu ihr. So, Ernte! So, Blutsch! Nur noch Tote und Verzweiflung bleiben im Blick. So, perfekt. Seine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen? Er würde sagen, weitermachen. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Ja. Mal sehen, was kommt. Oh Gott. Aber ich weiß nicht, ob das irgendetwas an meiner Fähigkeitsstufe macht. Hm. Ich hoffe es eigentlich, aber ich weiß es nicht. Gut. Und der nächste, bitte. Das war's schon? Okay, jetzt sind wir einfach. So, hier. Blutsch. So. Und Erde! Verdammt. Gut. Tempotschlag. Au. Und schon tot. Noch bevor wir irgendetwas machen konnten. Oder er. Ja. Au. Au. So. Au. So. Hier. Bitteschön. Das Publikum you will, aber es gibt kein Publikum. da kommt. So. Ich glaube, ich habe es getötet. Einfach. Und was? noch nicht und zack und noch bevor er überhaupt überhaupt sie hinkriechen kann was du hast überlebt bis jetzt willst du den preis und deine freiheit oder noch mehr bestrafung er hat sich entschieden weiter zu kämpfen der 16 so alle tot alle tot alle tot so aber jetzt bleiben alle tot oder ja gut so das sind stufe 18 ich glaube mittlerweile sollte ich wenn sie es gegeben so alle abschlagen es läuft eigentlich sehr gut aber wie viele runde runden müssen wir machen scheiße so wie wow der wilde pirscher ist schon level 19 gut noch diese und nächste oh das jetzt na komm au 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 so perfekt und jetzt so aha daneben daneben okay deine lusche so so hier ablocken und zack vernichtet absolute vernichtung gut gut au 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 ja sehr gut alle auf einmal na komm au 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 so gut hier bitteschön gut oh ich glaube dies führt zu weit aha du hast überlebt bis jetzt willst du den preis und deine freiheit oder noch mehr bestrafung äh ich mache weiter er hat sich entschieden weiter zu kämpfen mhm au au so erde erde ganz so so au 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 also die Schaden die da die sie da machen sind schon nicht von schlechten Eltern au verdammt verdammt aber wie lange geht es noch weiter seit der seit der wie viele Runden es geht und so 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 kaut So, hier, bitteschön Das wird nicht der Letzte sein, also müssen wir So, komm schon Komm schon Ja Auch diesen hätten wir besiegt Sehr gut Der Tramter Den Typen kenn ich doch Ja, der da So, hier Gut Was kommt da als nächstes? Was wirft man mir entgegen? Ja Und besiegt Also jetzt kommen so die Special-Bosse Okay, gut Ja, 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 Gorn, Gorn Gorn ist unzerstörbar Aber wenn ich genug Schaden mache, stirbst du auch Knochen Knochen Bring Gorn, Knochen Na komm Das haben wir gleich Brenn Brenn Na So, hier Und Abwehr Und Dün Maximus Maximus Keule Wir sind mit Runen in die Klinge dieser Waffe eingraviert Hatten wir das jetzt schon? Werner 25 Na komm Okay, hier und Ernte 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 Gut Haben wir alle Ah Das waren alle Das Herzsteintalisman Dieser Talisman hat viele Kriege am Leben gehalten, die ansonsten auf dem Schlachtfeld gefallen wären Der Herzstein-Talisman pulsiert vor Wiederherstellender Energie. Eine Fressung, die die Gesundheit ihres Kriegers stärkt. Sind wir ein unermüdlicher Rächer? Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen? Ähm, wie lange geht's noch? Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Aber das ist das letzte Mal, verdammt. Stufe 35? Äh, was? So, das gibt Gesundheit und sorgt dafür, dass wir die ganze Zeit Gesundheit erhalten, oder? Aber die Frage ist, wie viel? So. Verdammt, Scheiße. So, oh, verdammt. Gut. Abschlachten. Mir gefällt das vorerst nicht. So, hier abschlachten. So, und zack. Okay, 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 okay. Kommt schon. Noch ein Bogenschütze. Ich dachte, die hätten alle erledigt. Wir kriegen keine XP, wie es scheint. So, hier. Wow. Und zack. Äh, der hatte. Gut, und der nächste wird dann. Au. Äh, warum kommen manchmal neue dazu? Ha, 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 ha. Du kannst nicht sägen. Du aber auch nichts. Also, genieße die Tötung. So. Und die jubeln. Die letzte Welle. Er will uns holen. Ja, das will er. Gemeinsam. Dies wird ein Grab. Das. Angehilf. So, und. Ja. Oh. Ich werde deinen Kopf nehmen. Was? Gemeinsam. Gut, und hier. Bam. Oh. Schön fertig. Aber diesmal nehmen wir die. Die Belohnung. Seine Handnäckigkeit ist bewundernswert. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen? Preis nehmen. Äh, ich nehme die Beute. Das ist der Preis. Gut. Und ich dachte, es gäbe XBs. Deshalb habe ich mich hier durchgekämpft wie ein Wilder. Sehr gut. Nur leider keine Erhöhung. Okay, wie viele XBs brauchen wir? 5.4. Wir brauchen noch 2.157. Nein. 27. 17. Ah. Okay, das haben wir im Moment an. Gut, wir haben ein paar neue Waffen gekriegt. Du hast Maximus Keuler. Aha, und anderes Zeug. Magie. Nicht mal ein Typ. Mhm. Mhm. Tja, leider nicht ganz das, was ich wollte. Ich wollte XBs. So, das bedeutet wohl oder übel. Keine Ahnung. Wo kann ich... Wo kann ich hingehen, um mal XBs zu erhalten? Hm, da glaube ich hier hin, oder? So. Da prügele ich dann die Scheine des... Der Dämonen. Windelweich. Und dann sind wir weiter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao. Ciao. Ciao.